Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kids! Der Fußball-Kindergarten kann ja nicht stattfinden auf dem Fußballplatz draußen, also bringen wir ihn zu euch nach Hause. Wir versuchen zweimal die Woche euch ein Programm zuzuschicken. Dazu seht ihr jetzt dann auch gleich den Aufbau. Den Aufbau habt ihr natürlich keine Leimmarke oder sowas zuhause, aber dafür könnt ihr Karton verwenden und könnt es für eure Kids aufbauen. Da erkläre ich euch mal gleich die erste Übung. Die gibt es dann auch in drei Varianten für euch. Als erstes gehe ich mit meinen beiden Füßen hier in die erste Lücke rein, halte den Ball nach vorne und wir springen acht Mal vor und zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann lassen wir den Ball einmal fallen und stoppen den Ball trocken. Dann könnt ihr den Ball anhalten, machen einen Übersteiger, immer vom inneren Fuß nach außen, vorbeigehen und schießen da mit links auf ein kleines Tor. Da könnt ihr euch auch etwas einfallen lassen. Dann dribbeln wir mit beiden Füßen Außenseite, Innenseite, Außenseite, Innenseite, Außenseite, Innenseite, Außenseite, Innenseite und dann beginnen wir von vorne. So, jetzt schauen wir mal, wie schnell wir das hinbekommen. Das heißt, wir machen nicht nur einmal die Übung, sondern öfters und gucken, dass wir immer schneller werden dabei. Wichtig ist, dass der Ball der Hüft hoch ist, dass wir ihn dann von dort aus fallen lassen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hast du den Dropkick. Wieder Steiger vorbei. Bumm. Ball mit Nählen und Außenseite, Innenseite, Außenseite, 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 Innenseite und fertig. Jetzt schaut ihr mal, dass ihr immer schneller werdet dabei und wirklich alles aus euch raus holt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, hopp. Außen, innen, außen, innen, außen, innen, außen, innen, vor und zurück. Und dann machen wir mal die zweite Variante. Und zwar geht ihr einen Fuß vorne weg und nach vorne, links und drin. Dann auftet ihr achtmal springen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Ball wieder fallen lassen, hopp, getroffen. Jetzt machen wir ein Doppel. 1, 2, weg und schießen aufs Tor. Und jetzt nehmen wir mal nur den rechten Fuß, also außen, innen, außen durchführen, innen, außen, vor und zurück. Und dann auch wieder schauen, dass ich es immer schneller mache. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, hopp, stoppen. 1, 2, weg und stoppen. 1, 2, weg und stoppen. 1, innen, außen, innen. So und jetzt bist du dran. Ich stoppe mal die Zeit. Los geht's. べ Laudatend sein. 4, 5, 4, 5, 5, 11, 2, weg und stoppen. Ich gehe zu gehen. Ich gehe dir. So, und jetzt starten wir die dritte Variante. Dazu gehen wir wieder in die selbe Position wie vorher. Jetzt springen wir wieder über Kreuz und das Ganze achtmal. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht, dann mal wieder Freilassen. Drop, stoppen, Lebenshütchen, ziehen, zurück, Fuß wechseln, wieder Pass aufs Vor, Fall umgeht. Jetzt benutzen wir nur den linken Fuß. Immer außen, innen, außen, innen und wieder nach oben. So, und jetzt machen wir das Ganze noch schneller. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht, dann mal wieder frei lassen. Und fertig. Und fertig. So, ich bin jetzt auch schon ganz schön fertig. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir noch eine Trinkpause machen, damit wir auch genügend Flüssigkeit haben. So, liebe Kids, und jetzt machen wir weiter mit der zweiten Übung. Die zeigt euch jetzt der Ferne. So, als nächste Übung spielen wir Klopapier-King. Das Ganze sieht so aus, indem wir hier ein kleines Feld abstecken und vor dem Feld auf der vordersten Linie stehen sechs Klopapierrollen. Ihr nehmt den Ball in die Hand dazu, springt über die erste Rolle drüber, rennt einmal um das Hütchen vornherum und versucht dann das Klopapier-Röllchen in dieses Feld reinzuschießen. Achtung, die Klopapier-Rolle darf auf den Seiten und hinten nicht rausrollen. Ihr schaut, wie lange ihr braucht, ihr schaut, wie viele Klopapierrollen nachher im Feld noch liegen und los geht's. Punkt 4 Punkt 5 Punkt 5 Punkt 5 Punkt 5 Punkt 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Rollen habe ich ins Feld reingefangen. Alles klar, ich baue jetzt schnell um, ihr könnt es so lange noch ausprobieren. Viel Spaß, wir sind uns gleich. Ok, in der nächsten Variante geht es darum, wir haben die Klopapierrollen jetzt so aufgestellt, wie ihr es auf der Wiesn zum Beispiel schon bei Dosenwerfen kennt. Die Variante besteht darin, ihr müsst über die Pyramiden rüber springen am Anfang, dann holen wir das Hütchen vorne und die Rollen wieder ins Feld reinschließen. Achtung, ihr habt aber nur 3 Versuchte, alle wollen ins Feld reinschließen. Ok, schauen wir mal wieder an. 1 2 3 4 5 Passt, 5 von 6, ich baue wieder um, ihr übt. Ich zeige euch gleich die Variante. Ok, Variante Nummer 3, ich baue schnell um, danach seid ihr wieder dran. Ok, los geht's. 1 2 3 4 5 Ok, 1 2 3 4 5, wieder 5. Ok, viel Spaß beim Üben und Trinken nicht vergessen. So Kinder, weiter geht's mit der dritten Übung, die zeigt euch jetzt der Felix. Ok, zuerst braucht ihr mal 2 Felder. Wir haben ein Wohnzimmer und wir haben ein Kinderzimmer. Im Wohnzimmer sind die ganzen Klorollen, das sind insgesamt 4 Stück und die müssen wir ins Kinderzimmer transportieren. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Ok, wir starten. Einen Ball nehmen wir in die Hand. Auf diesem Ball balancieren wir einen den Klorollen aus. Den anderen Ball haben wir am Fuß. Und dann drippeln wir um dieses Feld einmal außenrum. Ohne dass wir die Klorollen fallen lassen. Wenn wir das geschafft haben, spielen wir den Ball ins Turm und dürfen die erste Klorolle ablegen. Zweite Rolle, Ball am Fuß und los geht's. Nein. Geht runter. Diesmal schaffe ich's. Sehr gut. Und Tor Nummer 2. Rolle Nummer 2. So, wieder ausbalancieren. Sehr gut. Und auf geht's. Klorollen, ich darf es den Augen verlieren. Hat keiner gesehen. Sehr gut. Pass hier rein. Und die dritte Abhänge. Ein Abhänge. Ich hoffe, es ist nicht guter Zeit, aber ich glaube, ihr seid diesmal schneller. So hart bin ich auch schon. Sehr gut. Und ab. Gut. Wir machen gleich eine Variante. Kurze Pause. Okay, jetzt machen wir die Variante. Und zwar haben wir ins Ladum aufgebaut. Und bringen die Klorollen vom Kinderzimmer ins Badezimmer. Wir balancieren wieder aus. Wir legen die erste Rolle auf den Ball. Wie nach dem Ball. Gehen die Klorollen. Gehen die Klorollen. Wir stoppen die Klorollen. Wir legen die Klorollen ins Badezimmer. Wir machen eine Schuss für den Klorollen. Wir machen die Klorollen ins Badezimmer. Und schließen dann auf den Kopf. Und auf geht's, 2. Rolle, wieder ausbalancieren, nimm das Ladung durch, Ball abstoppen, Knobel ins Fahrt, Schussbüte, Ball auf die Beine drücken und ausbalancieren. Und dritte Rolle, auf geht's. Schauen wir schon, ob es geschafft ist, abstoppen, ablegen. Ball wieder drücken, beide spielen und ausbalancieren. Und los geht's. Ein letztes Mal abstoppen, ablegen, Schussbüte und pass aufs Knochen. So, ich bin fertig, Zweigel auch schon fertig. Und los geht's.